Hallo meine Pokéfreude Pokénen, willkommen zu diesem Unboxing Video. Heute unboxen wir 25 Lotboxen. Ich habe mir 24 Stück oder so für 20 Euro gekauft und dann habe ich noch einen durchspielen bekommen. Und lasst euch nicht über mein Level wundern, das ist nur so Deko. Auf jeden Fall ist morgen Weihnachten und ja, morgen kommt noch ein wunderschönes Special. Auf jeden Fall. Und ja, ich muss sagen, fangen wir an, ne? Fangen wir an. Auf der ersten Lotbox. Oder Geschenk, eher gesagt. Hui, ich habe Tonprobleme. Nice. Probleme können dann wieder auftauchen. Spiele-Icon, ein Spruch, ein Spruch und... Oh, ein Skin. Warte, den will ich mir ansehen. Für Winston war das Skin. Und zwar Wald. Wie cool. Den, der rüst ich mal aus. Ist eigentlich ganz cool. Ganz okay. Gut. Aber das war jetzt nur die Extra-Soupbox. Mal gucken, was man für 20 Euro so bekommt. Oh, eine Epic. Oh, nice. Ein Skin. Ein Spruch. Ein Highlight-Dentro. Oh, für Riddle. Und für McQueen. Skin. Gut, zwei Charaktere, die ich nie spiele. Nice. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wow, tolle Spiele-Icons. Erstmal auswählen. Nice. Der McQueen skin sitzt dann hier. Ebenholz. Sieht so aus. Das ist eigentlich mega cool, finde ich. Widow habe ich unter dem Mistelzweig. Falls es laggt, ich bin nicht verantwortlich. Dankeschön. Nächste Notebox. Noch ein Epic. Geil. Oh, doch nicht. Nur Credits. Na gut, mit Credits bin ich auch zufrieden. Winston als Free-Liken. Ja, aber ich will es bestimmt benutzen. Ansonsten hier noch ein Spruch und hier eine Siegerpose für... Ja. Wie heißt die noch? Farah, glaube ich, heißt sie. Das ist gerade so peinlich. Ja, Farah. So, und die Siegerpose wäre dann... Prost. Ja, ganz, ganz cool. Ich finde irgendwie besser als ein Kniend. Aber ich glaube, wir haben gerade schon für Farah was bekommen. Kann das sein? Oder da irrt ich mich gerade. Keine Ahnung. Und BOOM! Wir haben Credits, Spruch, Spray. Oh, nice. Siegerpose für Orisa. Nice. Boom. Obwohl, das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber ansonsten... Nee. 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 Oh mein Gott! Zwei Legendaries auf einmal! Haha, geil! Das ist geil, geil! Ähm, ja, ich drehe mal nicht so auf. Das wird gleich mal angezeigt. Bitte, zeig's mir an. Bitte, Baby. Komm, ich will wissen, für wen? Für wen? Für Bäschen. Das ist mein Bäschen, man. Nein. Wer ist das? Hä? Ohne Wiss, ich weiß gar nicht welche Charakter. Oh, Bäschen! oh mein gott oh mein gott lebensstiel erfüllt einer oh mein gott best schön eigentlich wollte ich nur auf den nussknacker handen für sinjana aber für bestes auch cool das muss erstmal ausgerüstet werden lawine aber den kenne ich noch gar nicht jetzt neu bestimmt das ist einfach so mega cool aus finde ich hier acht das ist für soldier so der devils 76 aber nur sagen ich finde den skin mega cool auch aber er kommt ich bin best und ich liebe diesen skin einfach das so geil und schleifchen auf was legt gerade ein bisschen aber wir haben irgendwas selten ist siegerpose kommt zeigt mir an na los ok sieht ganz cool aus nächste box noch mal zwei blaue siegerpose und kommt skin ja skin of anna habe ich habe ich überhaupt skin ja für skin habe ich es genau habe ich sie aber wenig auch sind so ein teel und nicht hier also kaffee wie immer okay sie sollen öffne dich ach nur blau bis jetzt weiß ich nicht ob die 20 euro gelohnt haben dankwürziger pose nice coins nice ich will zwei 1000 coins haben da ruhig mir den nussknacker weil ich ich liebe den das so cool das bin und zwei epic oh mein gott wie cool ich oh mein gott wie das aussieht mega krass alter ausrüsten alle ausrüsten 1000 coins haben wir jetzt auch kinder ist was für mich auch so oh mein lila highlight intro für wen kommt zeig es mir für wen er noch schon wieder okay den habe ich den kenne ich das mega cool erstmal ausrüsten wasser ist ja zehn stück leute die letzten zehn was haben wir was haben wir hh immer noch schrott sowas so das krieg jetzt aber habe ich immer normalerweise nie und jetzt natürlich muss ich es haben jetzt wo ich natürlich 20 auch ausgebe war ja klar nix box oh geil epic was das ist was ist was ist im mode für wen für besseren meine main da das kann man sich doch gönnen hier warte den habe ich doch schon nie habe ich nicht nie nicht doch nicht was habe ich nie was ich meinte war was anderes was kriegen wir nun finde es heraus ganz okay ganz okay finde ich ganz okay aber jetzt noch mal lege ein lege noch okay sie ist eröffnet nicht nein ich meinst du lege nicht oh highlight intro sieht nice aus auf jeden fall drück mir die daumen schrott obwohl ein ganyme war da okay ich spiele zwar nie mcree aber hat sie mir und aber ich überlege es mir noch mal die hütten ist aber das gibt es mehr cool vielleicht nicht nur die märz trainings und den letzten drei ich wusste jemand die neuen skins an egal ob sie jetzt gut oder schlecht sind eigentlich größtenteils credit wir haben genug die märz wo erpick immer wieder annehmen sind schade letzte box was wird drin sein und was gut ist ein epic was ist es ist sieger pose wie cool okay und ein skin fair alles gut aber ich bin nicht zufrieden aber da jetzt genug coins habe für seine schneider dass man jetzt bei ihren machen baum schmuck quasi ganz cool aus ich hole mir den skin jetzt muss knacker weil der ist so cool finde ich das so nice ja und bäms gut da bin ich zufrieden habe ich alles was ich brauche in meinem leben also ja gut riss ich gleich mal das raus aus ja danke fürs zuschauen ich hoffe das war nicht zu kurz weil ich habe 20 euro rausgegeben für dieses video jetzt noch ja ja gut dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und fröhliche weihnachten das war doch kein wahrnachnamen aber ok tschüss wein 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 voll ein fang voll ein fang überall ein fang sogar hier oben nicht was da ist ja das war's doch jedes Kind 1 1 1 1 1 1